In Darmstadt bisher 14 Anzeigen bei der Polizei wegen sexueller Belästigung. 26 Frauen berichten von Übergriffen. Das Ganze erinnert an die Ereignisse der Kölner Silvesternacht. Passiert ist das alles bei einem viertägigen Musikfestival mit 400.000 Besuchern in Darmstadt. Die Polizei konnte drei Verdächtige im Alter von 28 bis 31 Jahren ermitteln. Zwei von ihnen sind Asylbewerber aus Pakistan. Die Frauen haben das immer wieder so beschrieben, dass sie angetanzt worden seien. Teilweise auch von kleinen Gruppen, teilweise auch bis zu zehn Personen, die sie dann unmittelbar auch unsittlich berührt haben.